Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer mal anderen Folge von mir. Ich bin heute auch mal wieder online und spiele CSGO. Ich bin da halt nur nicht so gut drin, also ja, bitte nicht aufregen, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen scheiße bin. Ich mache jetzt auch nicht mal wieder ein Video, weil ich bin in letzter Zeit auch sehr krank, bin ich jetzt auch immer noch. Deswegen esse ich ab und zu auch so ein paar Bonbons, damit ich nicht die ganze Zeit husten muss. Aber deswegen wollte ich in letzter Zeit auch nicht so viel aufnehmen. Scheiße. Also, ich muss ja schon sagen, eigentlich regt mich dieser Modus echt, oder dieses Spiel generell echt auf. Ich hasse eigentlich dieses Spiel. Genau aus solchen Gründen einfach. Weil man einfach durchgehend am Sterben ist, aber deswegen spiele ich es auch eigentlich nicht so oft. Egal, ich habe gedacht, für euch machen wir mal eine Aufnahme, dass ich nicht immer nur LOL spiele oder so. Aber ich muss gestehen, ich hasse diese Map auch. Die finde ich auch echt scheiße. What the fuck? Als ob. Nee, jetzt. Wollt ihr mich verarschen, wenn man Selbstmord begeht? Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Wenn man Selbstmord begeht, dann verliert man seine Waffe. Ja, geil, jetzt bin ich wieder bei der allerersten. Wir belagern die hier richtig. So was finde ich zum Beispiel auch scheiße an CSGO. Dass man einfach an dem Spawn campen kann, ohne dass man, äh... Also, und dann spawnen die halt immer noch da. Wenn du zum Beispiel gut bist, dann kannst du halt die ganze Zeit da gammeln und... Du killst einfach jeden. Ah, schade. Egal, habe ich glaube ich noch gekillt, oder? Ja, habe ich noch gekillt. Durch die Wand. Nice. Das finde ich halt so ein bisschen scheiße an diesem Modus. Und halt, wenn du abgeschossen wirst und weiterlaufen willst, wirst du halt... Verlangsamt. Das finde ich auch eigentlich richtig scheiße. Aber nun gut. Ist zwar nicht das beste Spiel, aber... Macht trotzdem einigermaßen Spaß. Ah, schade. Kacke. So ein bisschen scheiße. Aber ich versuche das besser einfach rauszuholen. Ich bin zwar erst bei der vierten Waffe, aber das wird schon alles. Wow. Mit der Shotgun aus der Ferne. Das ist doch nicht wahr. Aber dafür, dass ich das nicht so oft spiele, bin ich gar nicht mal so scheiße da drin. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss es einfach. Jetzt habe ich Shotgun, okay. Boah, hat der mich jetzt erschrocken. Muss hier nicht nachladen, doch. Schade. Schade. Ich wollte den eigentlich in der Luft abschießen, habe aber zu spät abgedrückt. Der hat auch Shotgun. Ach, ich könnte kotzen. Okay, komm. Wenigstens den Kill geholt. Ich wollte mich auch noch mal entschuldigen, wenn ich ab und zu mal aufste. Wie gesagt, ich bin halt ein bisschen krank. Oh, fuck. Jetzt runter. Nice shot. Da war der wohl schneller als ich. Aber Sniper finde ich echt nicht so doll. Da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. In anderen Spielen, ja, aber... Oh, Dreck, beide erwischt. Dreck, beide. Wenn's so nicht läuft, wie soll's dann laufen? Ah, wahrscheinlich nicht hier unten, ne? Okay. Ah, scheiße. Stufe 11 von 16. Okay. Ah, Mist. Mit der Igel. Mit der Igel. Ihr wollt mich doch gerade echt verarschen, oder? Was ist der? Ach, schade. Ja, nicht gekillt, leider. Ah. Okay, den hab ich auch. Ah, da hat der mich weg. Mit der Shotgun aus dieser Entfernung. Was ist... Ich check diese Logik nicht, alter. Eine Shotgun ist eine Nahkampfwaffe. Was... Oh, ins Gesicht. Da hab ich ihm aber schöne Kugeln in die Fresse gejagt, alter. Ja. So muss das laufen. Wetten jetzt, spawned einer. Wetten genau jetzt, spawned einer. Ha. Scheiße, ich muss ja gedrückt halten. Ich hasse diese Waffe. Ich hasse diese Waffe, wie die Pest. So scheiße, die Waffe. Meistens bleib ich ja bei diesem Mode immer bei 14 hängen. Ah, schade. Oh, du brauchst einfach so lange. Und ich weiß auch nicht mal, ob die One-Shotted. Okay. Das Spiel ist zu Ende. Mein Day is a game. Egal. Mir hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich glaub, da hängen wir direkt noch eine hinten dran, ne? Wenn das Video jetzt ein bisschen länger wird. Ich geh mal... Nein, nein, nein. Ich wollte Safehouse haben. Bitte, Safehouse. Bitte geht alle auf Safehouse. Ja. Safehouse ist nämlich am besten. Da war sogar einer von uns. Okay. Ihr seht, ich spiel das halt auch nicht so sehr. Ich bin auch noch Level 1. Der Björn, der spielt das ja ein bisschen öfter. Der ist, keine Ahnung... Ich weiß gar nicht, welches Level der ist. Auf jeden Fall, der spielt ja auch öfters schon Wettkampf und so. Aber ich find auch einfach, das Leveln hier dauert richtig lang. Ich hab bestimmt schon 4, 5, 6 Stunden gespielt. Aber komm einfach nicht Level ab. Das muss man so ein bisschen einspielen. Macht ja Spaß. Ach, das war ein Bot. Einspielphase. Jetzt geht's los. Ich liebe diese Map eigentlich richtig, aber... Ich weiß, es ist immer so kacke, dass die Terroristen halt immer auf der Seite... Schade. Das war jetzt unfair. Das waren 2 gegen 1. Das hätt' ich nicht. Hatt' ich grade eben einen gekillt. Ah, da war noch einer. Ich bin der Führende aus meinem Team. Passiert auch nicht so oft, dass er... Ah, schade. Da hatte ich grade so nen schönen Lauf und dann auf einmal... Aber ich muss sagen, die Gegner, die hier sind, sind aber auch nicht besonders gut. So macht man das. Oh ja. Mit dem Fuß. Den ersten. Schön in den Fuß geschossen. Man muss halt immer dafür sorgen, erstmal, dass sich die Leute nicht mehr bewegen können, ne? Ah, scheiße. Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn die sich nicht mehr bewegen können, dann sind sie eigentlich so gut wie tot. Und deswegen... Immer erst auf die Füße ballern. Du kannst dir natürlich auch versuchen, Dreck zu töten und in den Kopf schießen, aber meine... Devise ist, erstmal immer in die Füße ballern. Jetzt mach' ich was anderes. Jetzt kommen wir mal von unten. Oh fuck, weiß ich schon. Aber ich hab' ja auch... Na wobei... Bei welcher Waffe bin ich jetzt schon eigentlich? Gleich bei der sechsten oder bei der... Oder bei der... Fünften. Bin ich mir jetzt grad gar nicht so sicher. Egal. Die Camper. Campen und nix draufhaben. Wenn's so nicht läuft, ne? Ja, war klar, dass er von der Seite kommt. Ich hab' ihn auch gesehen, aber ich hab' gedacht, wenigstens hole ich den noch. Ah, schade. Ich muss mich mal dran gewöhnen, jetzt auch mit... Beim Zielen zu ducken, aber ich glaube, wir sind... Ich hab' immer das Gefühl, wir sind weniger als die. Ne, wir sind, glaub' ich... Wir sind sogar einer mehr oder so als die. Ja, genau, da gibt er mir einfach direkt nen Headshot. Alles klar. Oh. Oh, oh, oh. So macht man das. So macht man das. Ich sollte aufhören, mich zu ducken. Ich sollte echt aufhören. Mich zu ducken. Da oben. Das ist echt keine gute Idee. Jedes Mal krieg' ich nen Headshot, weil ich mich ducke. Will einer spawnen? Ah, schade. Hab' ich den wohl verfehlt? Hab' ich gesagt, dass ich hundertprozentigen Aim hab'? Nee, jetzt gerade nicht, aber... Na gut. Kommt man schon immer durch die Leute durchlaufen? Was hast du jetzt einfach mal? Ich mach' jetzt mal auch die Rolle des Camps. Wir gammeln jetzt hier in der Ecke. Normalerweise versuch' ich das ja mit nem Messer, aber das klappt dann meistens nicht so gut. Ich check das nicht. Woher die wissen, dass ich in dem Scheiß... Durch die Wand. Dass ich im Scheiß... Beim Scheiß Schrank gammeln. Ich glaub' das ist die Autoshot. Ich will mich jetzt aber auch nicht grad... Nein, ist nicht die Autoshot. Ja, natürlich. Der snipet mich weg. Hab' ich... Ich hab' den noch ge... Nee, da hab' ich noch nicht. Da war der andere. Okay. Wollte ich mich messern, oder was? Normalerweise pushen die Terroristen immer so richtig zu mir rüber, aber... Das war jetzt meine eigene Schuld. Das war jetzt haarscharf meine eigene Schuld. Nein, 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 als ob nein! Ey, ich hasse Leute, die einfach mit dem Messer irgendwo rumgammeln. Boah, das geht mir einfach so auf den Sack. Scheiße. Der hat's mir wohl richtig gegeben. Lappen, dass der da nicht weggegangen ist. Check' aber nicht. Manchmal brauchst du gar nicht zwei Kills mit der Waffe, um aufzusteigen. Irgendwie. Oder bilde ich mir das nur ein? Wir treffen einfach beide nicht, aber... Na gut, Ripple ist er trotzdem. Oh yeah. Genau, du sagst es, mein Freund. Okay. Das war jetzt nicht so doll. Viele Leute laufen ja immer mit dem Messer in der Hand rum, weil man dadurch schneller wird. Aber ich bin eher... So der, der... Immer mit der... Scheiße. Der hat gar nicht so viel Munizieren. Immer mit der Waffe rumläuft, weil man... Weil ich dadurch einfach schneller reagieren kann, wenn jetzt einer vor mir gammelt. Sonst muss ich immer erst noch Waffe wechseln. Der dreht die ja erst noch einmal komplett oder so. So einer vor mir. Ja, hundertprozentig die Gegner, Alter. Stirb, Alter. Schade, vielleicht sollte ich nicht so schnell schießen. Der eine hat... Oh, der eine hat goldenes Messer. Wer ist das? Der Typ, okay. Scheiße. Dann nicht mehr so hart an. Aber gewinnt tut der eh, ob so oder so. Okay. Da ist er mit dem Messer. Und der eine steht da... Und macht gar nichts, Alter. Ist ja auf Kau oder was ist mit dem los? Oh, wie kann man nur so dumm sein? Das ist... So was regt mich einfach auf. Ja, aber Leute. Das war es ja nochmal wieder für heute. Ich würde da mal sagen... Ja, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt das doch einfach mal. Dann mache ich das öfters. Wenn ihr lieber wieder LOL sehen wollt, dann mache ich wieder öfters. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!